Prishtabandhasana ist die Stellung des verschränkten Rückens, des gebundenen Rückens. Alle Stellungen, wo du die Hände hinter dem Rücken faltest oder mit den Händen an die Ellbogen gehst, kann man auch als Prishtabandhasana Stellungen bezeichnen. Und so gibt es Vorwärtsbeugen und Rückwärtsbeugen und viele andere. Garote in seiner Enzyklopädie of Traditional Asana beschreibt eine Hockhaltung als Prishtabandhasana. Angelina zeigt, wie es geht. Du setzt dich einfach aufs Gesäß, auf die Pobacken, gibst die Füße etwas auseinander und die Knie zusammen. Und dann gibst du die Hände hinter den Rücken. Dabei kannst du entweder die Hände falten oder die Handgelenke fassen oder mit den Händen an die Unterarme oder um die Ellbogen. Und dann kannst du die Augen entweder schließen oder zur Nasenspitze hinschauen. Wenn möglich, gibst sogar die Knie dabei zusammen. Das ist Prishtabandhasana, die Stellung des verschränkten Rückens.